Guten Tag liebe Mitmenschen, herzlich willkommen. Freitag, der 29. Januar. Am 4. Dezember habe ich Ihnen einen Zweig in die Kamera gehalten, völlig dürr, und gesagt, das ist jetzt der Barbara-Zweig und den werden wir jetzt in der Vase tun und dann hoffen wir darauf, dass er ganz toll wird und zu Weihnachten dann symbolträchtig die Blätter und die Blüten draußen sind. Und bei Lori, meiner Regisseurin, ist er in allerbeste Pflege gekommen mit Platz auf der Heizung, an der Sonne und was man alles nur haben kann als Zweig. Wer kam nicht an Weihnachten? Der Barbara-Zweig und blieb genauso dürr und wurde dann enttäuscht weggeschmissen. Jetzt bitte schauen Sie mal, das ist ein Nicht-Barbara-Zweig, den ich neulich mal geschenkt bekommen habe. Der steckt jetzt auch in Wasser und was tut er? Kein Mensch weiß warum. Er blüht. Und zieht so aus, als hätte er noch manches zu bieten in seinen Knospen. Also, man steckt nicht drin und wenn etwas dringend sein soll und genau in drei Wochen und so weiter und alles hinhauen muss, dann haut es nicht hin. Hat mit dem Evangelium von heute zu tun. Er sagte, Ja, also ein guter Grund, es mit Jesus zu halten, bei ihm zu sein, in seinem Haus, da könnte man sagen, das ist die Kirche, die Gemeinschaft derer, die um Jesus herum sitzt, ihm zuhört und sich von ihm erklären lässt, wie es im Reich Gottes zugeht und wie man dorthin gelangt. Geht heute noch. Und dann die Sache mit dem Zweig. Der Bauer sät und das macht er auch professionell, sonst macht er seinen Job schlecht. Und am Ende muss er sich dann aber doch ins Bett legen und die Saat, er weiß nicht, wie heißt es, wächst und wächst heran. Er hat dazu beigetragen, aber mit all seiner Ungeduld und all seinen Fertigkeiten könnte er doch nichts machen daran, dass die Saat einfach von selber wächst. Und man muss ja die Zeit auch lassen, wenn man dann an den kleinen grünen Helmchen zieht und zerrt kaum, dass sie aus der Erde rausschauen, davon werden sie nicht größer. Da reißt man sie nur aus. Also im Wachsen von dem, was Gott in unser Leben bringt und was Gott auf die Welt bringt, indem er sie verwandelt durch seine liebende Hingabe, ist ein Geheimnis, das sich uns offenbart, dass wir aber nicht steuern können. Dass wir nur nach einem Dichterwort nur bewohnen können. Geheimnisse löst man nicht wie Rätsel, sondern Geheimnisse werden bewohnt. Und dass das ein geräumiges Geheimnis ist, das Reich Gottes, in dem wir Platz finden und einander auch Raum geben können. Das ist das Wunderbare daran. Also mit ihren Zweigen und Blumen und den anderen Dingen, die sie so in ihrem Horizont haben, viel Glück damit und staunen darüber, wie die Dinge so wie von selbst geschehen. Gott segne und behüte sie alle. Gott segne und behüte sie alle. Vielen Dank.